Gute Leistung heute, aber hier ist der Torwart mal zur Stelle. Es gibt halt so Tage, er lässt den Kopf wenigstens nicht hängen, sondern versucht noch das Beste rauszuholen, so wie in dieser Szene. Er versucht's, der Torhüter war dran, reicht aber nicht, der Mann ist im Tor. Irgendwie macht er ihn rein, das hätte ich ihm von dort aus gar nicht zugetraut. Aus dem Winkel draufzuhalten, das ist schon richtig frech, aber damit hat er den Keeper wohl überrascht.